Ideen Ideen entstehen im Kopf. Da erzähle ich Ihnen wohl nichts Neues. Und die besten Ideen entstehen meistens dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Doch damit aus großen Ideen auch große Erfolge werden, gibt es Hermes. Als Ihr Partner im Handel setzen wir Ihre Pläne weltweit in die Tat um. Ihr Einkäufer beauftragt uns, den richtigen Stoff einzukaufen. Und wir finden neben dem zuverlässigsten Lieferanten auch den besten Preis. Egal wo in der Welt. Damit wir den Stoff finden, aus dem Ihre Träume sind. Mit über 5000 Fabriken in 15 Ländern weltweit finden wir Ihren idealen Produktionsstandort. Meistens gleich im Ursprungsland der Rohstoffe, wo übrigens auch die Endabnahme übernommen wird. Das nenne ich maßgeschneidert. Bei Hermes läuft ein Produkttest präzise, aber immer auch schnellstmöglich ab. Dabei überlassen wir nichts dem Zufall. Denn wenn ein Produkt erfolgreich werden soll, muss es zuerst erfolgreich getestet werden. Nur so haben Ihre Kunden später lange Freude. Hermes kümmert sich um die optimale Logistiklösung für Ihr Produkt. Egal ob zu Wasser, in der Luft oder auf den Straßen dieser Welt. Wir setzen alle Hebel in Bewegung. Wer viele Produkte um die ganze Welt bewegt, muss auf alle Transportmöglichkeiten zurückgreifen können. Wir bewegen Ware. Mit unseren vollautomatischen und hochtechnisierten Hochregallagern können wir den Waren ein- und Ausgang leicht überblicken. So sind Ihre Lagerbestände garantiert gut aufgehoben. Mit einem Klick ist Ihr Produkt im Warenkorb. Damit das möglich ist, entwickeln wir Ihnen einen benutzerfreundlichen Webshop in Ihrem eigenen Design. Das macht Shopping zum echten Erlebnis. Und die Kundenbetreuung übernehmen wir natürlich auch. Dazu gehört eine übersichtliche Zahlungsüberwachung und ein hochmodernes IT-gestütztes Retourenmanagement. Also alles, was zu einem erfolgreichen Produkt dazugehört. Doch das Wichtigste ist, dass Ihre Kunden die Produkte schnell und sicher nach Hause bekommen. Dafür werden die Pakete von uns mit neuster Technik sortiert und weitergeleitet. Unsere Auslieferfahrzeuge sind täglich für Hermes im Einsatz. Und in einem davon wird auch Ihr Produkt zum Kunden gebracht. Oder zu einem von über 14.000 Hermes-Paketshops in Deutschland. Und natürlich auch an jeden Flecken innerhalb Europas. Sogar bis nach Russland. Es ist uns immer ein Vergnügen, ein Paket zu überreichen, das freudig erwartet wird. Auch schwere Haushaltsgeräte und Möbel werden von uns bis in die Wohnung getragen. Und bei Bedarf sogar auch noch aufgebaut. Schließlich ist es unser Job, alles für jede Idee zu geben. Um Sie und Ihre Kunden glücklich zu machen. Um Sie und Ihre Kunden glücklich zu machen.